Sie kennen uns, Sie erzählen uns ein bisschen mehr wegen der Schule. Wer ist Ihnen gewesen an Ihre Lehrern? Lehrern? Ich habe es bald immer gegeben. Zwischen anderen, die Geschichte hat uns gelernt, immer nur Ring im Blum. Der Emanuel Ringelblum. Emanuel Ringelblum, welches sind wir in der Zeit von der Koppatie in Warsche. Die Lehrern brauchte ich sich der Monen. Die Lehrern meines gewesen, die Frau von Lucian Blitten. Er war der Unführer für die Jugend, die Zukunft, für den Bund. In der Zeit, wie es ausgebrochen ist, waren wir zusammen in Amerika. Die Lehrern waren in der Kirche. Er kamen zurück, normalerweise, und er ist geblieben dort. Weiter, was er mit ihm genau weiß sich nicht. Zwischen anderen, meine Lehrern, waren die Hadassah Kerstin. Die Lehrern sind normalerweise ein wenig qualifiziert in der jüdischen Sprache. In der polischen Sprache hatten wir gelernt, wenn es sich so gehandelt hat. Nur Geschichte in der polischen Sprache, in der Geographie. Andere, als gewähnt in der jüdischen Sprache. Geschichte in der jüdischen Sprache, haben wir sich gelernt. Nur andere... Ringo Blum hat sich... Emanuel, Ringo Blum hat sich gelernt, Geschichte. Auf jüdisch. Auf jüdisch. Ja. Das ist gewesen, eine jüdische Volksschule zu geheißen. In der... Von der linken Polizien. Die Warschrift Nobolibke 68. Von der Zweiten, seid bunter und teuer gehabt, ihre Volksschulen. Also, ich bin gegangen in der Volksschule von der jüdischen... Von der linken Polizien. In der Warschrift Nobolibke 68. Versich.